So, 2.24 Uhr, Alex und ich sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen, wir fliegen heute in den Sonnenaufgang, kürzesten, kürzesten Nacht des Jahres. Das ist mal wie 3.08 Uhr, alles safe, Sonnenaufgang ist 4.15 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Baby, hey, 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 hey Baby, hey, 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 hey Baby, hey, hey, hey Baby, hey, 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 hey Baby, hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.